Ich weiß nicht. Ich habe hier irgendein Portal. Oh, Gold. Noch mehr Gold, hey. Noch mehr Gold. So liegt hier überhaupt so viel Gold rum. Warum renne ich ständig durchs Feuer? Soll ich damit aufhören? Das zirrt mich. Hab ich gehört. Warum kann ich aus diesem riesigen Topf voller Gold Blut trinken? Einfach mal ein bisschen Blut trinken. Das... Wie heißt das? Blutorange ist das. Hm, gar nicht mal so schlecht. So, und Daniel ist tot. Der Bogen ist bestimmt richtig geil. Ja, vier bis zehn Schaden, Mann. Ist das denn noch sonst noch so? Nein, heißt noch ein Impuls nötig. Ja, das heißt, du musst mir Europa... äh, Herz of Iron 4 kaufen. Steht auf meiner Steam-Wunschliste. So, ähm... Wegen wir jetzt hin? Schlucht der Magier? Ähm... Ne, das war glaube ich richtig scheiße, oder? Jetzt bin ich schon wieder in dieser Kack-Loot-Ghul im Start. Was macht Bar? Lebt der immer noch? Ähm, Bar lebt noch, ja. Muss du den nicht mal töten. Willst du den Bogen haben? Vier bis zehn? Vier bis zehn? Ja, was macht der sonst noch so? Äh, zwei zu Max-Schaden, sechs... Ne, fünf Prozent abgesaugtes Leben und Blitzwiderstand plus neun Prozent. Schnelle Angesgeschichte. Äh, ne. Okay. Okay. Wenn's maler gewesen wär, hätte ich's mir vielleicht sogar noch überlegt. Schlucht der Magier war hier nicht auch irgendwie... Oh Gott. Geh gleich ein Bock mehr drauf. Äh... Ich glaube aber mal nach da. Das war kein so gut. Da ist was, was ist da? Tal Raschers Grab. Ach, einfach mal ein paar Türen aufmachen. Das passt schon. Hallo Jungs. Ah, hier ist eine Langeweile. Okay, gut. Ich spiel hier ein bisschen mit Feuer und so. Aber sonst... Alles total easy und entspannt. Ich hab gesehen davon, dass ich nach dem Spiel heute gar nichts mehr spielen werde. Jetzt steh den Weg rum, ihr Pisse. Oh, Regenationsdrang. Ding einfach gerne. Oh, wow. Jetzt sterbe ich sogar noch halbweg halb. Ja, kann schon passieren. Dass, wenn man so faul ist, den Gegner zu töten, einfach gründelaufen hat man so viele oder so einen. Ich bin noch derbe Heiltränke droppen. Alter, was denn? Dieser Kackenfürst... Oh, ich hab meinen Zauber gar nicht mehr ansehen. Deswegen können wir so lange dauern. Hm. Ich glaube nicht, dass das alleine schaffen werde hier. Wen, Baal? Ja, Baal und zu Baal hinkommen. Oh, tausend viel Gold hat er getraut. Was zur Hölle? Stirb, ihr mächtigen Krüge. Ah, doch am Samstagabend muss man doch die Sauer rauslassen. Ich bin aber kein Bauer. Warum muss man die Sauer auslassen? Oh, ich bin voll beladen. Mit lauter Scheiße. Oh, ich bin voll beladen. Ich bin zum nächsten Boss. Das reiche ich nicht. Oh, meiner Schrei. Brauch ich zwar nicht, aber die machen wir nicht. Ah! Ich weiß nicht, ob ich hier richtig bin. Aber es sind eine Menge Wicke lang. Also lasse ich den Fall raus. Ich habe hier ganz viele Orgastis. Wenn ich schreibe. Ja, bei mir auch. Das ist eine richtig heiße Sache. Oh, das ist eine Kiste. Kann ich aber gerade nicht aufmachen wollen. Ach, ich treffe wieder niemanden. Ach, ich treffe dich jetzt nicht jetzt. Danke. Wäre schon geil, bitte mal. Irgendwie geil, wenn ich die mal besser treffen würde. Aber da Blizzard seinen Netcode ja nicht fixt. Alle diese ganzen Scheiße. Stirb mal, du Dinger-Ghul-Fürst. Ich weiß nicht mal, ob das der Boss hier ist. War das ein Ghul-Fürst im Schluss? In Kapitel 2. Nein. Ich glaube nicht. Ich will nicht wissen, was du glaubst. Ich will nicht wissen, was Tatsache ist. Oder war das nicht so ein Wurm irgendwie? So eine Art Wurm, ja. Dann bin ich hier, glaube ich, scheiße. Wir sind nicht so richtig so. Nein, ich schreibe viel vor. Oh, hier ist eine Kiste. Mit mehr. Mit Schott. Oh, ich bin überladen. Habe ich hier noch gar nicht gehört. Hey. 1-2 Kälte Schaden. Toller Zauber. Freue ich mich, dass ich den habe. Bin ich froh, dass ich hier vorbeigekommen bin. Hat sich richtig gelohnt. So richtig überhaupt nicht. So was aber hier noch so. Türen öffnen. Ich bin hier falsch. Ich bin hier falsch. Könnte sich lohnen, wenn du einen Z-Gegenstand findest, aber sonst. Was? Warum? Ich spiele jetzt nicht. Ja, warum nicht? Wenn du einen Z-Gegenstand findest. Die sind doch besser als die normalen. Wovon redest du jetzt gerade? Wenn du einen Z-Gegenstand findest. Ja, was ist jetzt mit Z? Was willst du jetzt mit Z? Wieso Z? Ja. Ein komplettes Z. S-E-T-E. Nicht Z. Ja, aber ich habe doch gar keinen Z-Gegenstand. Ja, aber wenn du eins finden würdest, dann wird sich das dumm. Das hilft gestern mehr Spaß gemacht. Ziemlich alles macht mehr Spaß als Diablo. Das ist ein coole Rotz-Spiel. Niemand sollte das spielen. So, jetzt bin ich ein Tadraschas Grab. Vielleicht ist das ja besser. In welchem Grab war ich denn dann eben? Schimmel. Ne. Oh, wow. Oh, wow. Das saut alles noch nicht mehr. Warum zu wichtig? Warum ist das alles nur Müll hier? Ach, stimmt ja. Da gab es irgendwie diese Fake-Gräber, ne? Hießen die nicht alle irgendwie Tadraschas Grab? Ach, stimmt. Ja, genau. Und wie finde ich... Ja, nur eins war das Richtige, ne? Ja, genau. Ich erinnere mich. Jetzt wo du es sagst. Ja, es ist alles Tadraschas Grab. Oh, ich habe einen Flammenberg gefunden. Toll. Ich habe Gegner gefunden. Ja. Also ein goldenes Schwert. Toll. Wenn ich jetzt ein Paladin wäre, würde ich mich freuen. Komm wieder, wenn du eine Klaue gefunden hast. So. Zeit, mal ein paar Türen zu öffnen. Ist das ein gelbes? Ne, ist das ein gelbes Schwert. Nicht mal golden. Mhm. Ach, das ist ja alles für den Arsch, hier. Das ist alles komplett für den Arsch. Alles für die Muschi. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber... ...wächst es da glaube ich fast. Bin ja jetzt kein Experte für, aber... ...ich glaube das ist so nicht ganz richtig. Warum? Alles für die Katz, sagt man ja. Hm. Schon richtig. Wer will schon eine Katze haben, wenn er auch einen Hund haben kann? Also wirklich. Ich mag Katzen lieber. Ja. Okay, ist rein. Tschüss. Tschüss. Jetzt ist es, jetzt ist es, jetzt ist es Ende. Vielleicht ist es wirklich. Oh, mir gehen die kleinen Heimtrinke aus. Ich muss die mal neu belegen. Oh, jetzt belegt das Brötchen. Das ist auch schon wieder falsch. Mensch. Das ist alles falsch. Erst wenn du jedes Grab durchläuft hast, wird das sowas richtiger. Jetzt sollten wir einfach mal auf normal so durchlaufen. Es geht viel schneller. Ja. Ist klar, dass es schneller geht. Ich bin sicher, das wird genauso auf... ...Albtraum, oder was soll die nächste Stufe funktionieren? Hölle. Was? Ja. Und dann kommt was? Nach Hölle kommt gar nichts mehr. Hä? Es geht auf drei Stufen. Normal Albtraum und Hölle. Ja. So. Hast du nicht irgendwie gesagt, wir sind gerade auf Albtraum? Nein. Ja, wir sind... Wenn wir normal spielen würden, wären wir auf Albtraum. Ja. Dann spielst du so schon ein Albtraum. Verstehe ich. Jetzt... Jetzt sind wir gerade auf normal. Mal. Hm. Schalt mal auf live. Schalt mal auf live. Ja. Eine Sackgasse. Wunderschön. Wunderschön. Kreisverkehr. Muss mal durch. Speed ran. Äh. Was? Was? Nein! 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 Und tot. Wow! Alter! Das war jetzt gerade nicht lustig. Ich hatte gerade minimal extremen Lag und war plötzlich umruhlen und dritt von Gegnern. Das wär die Scheiße. Toll. Das hat sich jetzt glaube ich so gar nicht gelohnt. Wir kommen. Ich hoffe. Kann ich mal richtige Heiltrenge kaufen? Kann ich denn hier vielleicht richtige Heiltrenge kaufen? Ich konnte mal hier Heiltrenge kaufen. Äh. Ich glaube bei der alten Schachtel. Wenn Tyrael sagt, dass der Weltstein zerstört, seid gegrüßt. Ich will nicht irgendwelche schmassenlichen Tipps von dir. Ich will ein Heiltrenge kaufen. Ich will ein Heiltrenge kaufen. So meine alte Schachtel. Ah. Ich weiß, dass das Spiel echt trans ist. Dafür ist Diablo bekannt. Also wirklich. So, machen wir jetzt Schluss langsam. Was hier ist... Na, ich töte jetzt bald noch. Ach komm, ey. Vorher mache ich nicht Schluss. Bin die ganze Zeit dabei. Na dann, viel Glück. Du schaffst das ja alleine nicht. So bestimmt. Hm. Zwei Govillionen Maximalgold. Ist doch Spaß. Hm, hm, hm. Oh, willst du mir nochmal eine spezielle Waffe machen? Oh. Ihr habt das Unmögliche vollbracht, edler Held. Was ist eine spezielle Waffe? Ist ein großer Sieg für das Licht. Seltsam, dass ihr sagt, der Weltstein müsse zerstört werden. Welcher Weltstein? Da steht nichts darüber. Vielleicht wird alles verloren sein, wofür wir gekämpft haben. Oder vielleicht müssen wir nie wieder kämpfen. Wo ist die Option für Geschlechtsverkehr? Kann ich euch helfen? Ich habe auch noch ein Bild im Angebot. Doch, von der habe ich diese Gratiswaffe bekommen. Wieso? Dieses minimal ganz gute Scherencutter. Ich hätte gerne noch so eine Waffe. Aber das ist alles nur Mühe. Hey, was heißt denn im Glücksspiel? Mach mal Glücksspiel ein bisschen. Ich bräuchte mal eine neue, richtig gute Waffe vielleicht. Oh, wieso kann ich keine Sensen benutzen? Das wäre auch geil. Was kann man denn Sensen benutzen? Was kann man denn Sensen benutzen? Als Barbar. Kann ich auch zwei Sensen benutzen? Ich habe gar kein Geld für Glücksspiel. Und du machst gerade richtige Probleme, hm? Ich bin doch Sieger auf Monkey Island. Was zur Hölle? Einfach wahllos jetzt irgendwelche Spiele ins Chat schreiben, bringt auch nichts. So, Akt 5. So, Akt 5. Den Wahlwagen Akt 5, oder? Ja. Weltsteinturm. Du hast doch bestimmt schon aufgerufen. Aufgeräumt. Ja. So mehr oder wenige. Ich bin leider gerade gestorben, sonst werde ich dir ein Portal machen können. Das ist ein Kadava, der trugt nichts. Hey, Pfeile. Hey, nichts. Hey, Gegner. Genau meine Schwierigkeiten. Genau meine Schwierigkeiten. Genau meine Schwierigkeiten. So, was haben wir hier? Ah, Level 3. Sehr gut. Doch, ich habe jetzt mal ein Portal gemacht. Ich bin jetzt in Level 3. Und du? Oh, eine Thron der Zerstörung bin ich gerade. Äh, was? Und das? Thron der Zerstörung. Ich bin noch im Weltsteinturm. Ebene 3. Ja. Nach Ebene 3 kommt Thron der Zerstörung. Was war denn jetzt mal? Da hinten. Wo ist es denn? Ah. Thron der Zerstörung. Ich hole dich mal. Nein. Ach, Mann. Wow. Am Kotzen. Weißt du, es schaltet ja schon eine Stufe runter und bricht trotzdem weg. Zum Glück gesagt. Weil machen die doch kaum noch Schaden hier. Machen viel Schaden. Nein. So ein Portal aufmachen. Ach, das sind wir da. So was denn eigentlich gar nicht. Machen doch gar nichts. Weißt du was du willst. So einzeln kriege ich die auch für dich. Das ist ein Problem jetzt nicht. Du hältst halt mehr aus. Was soll ich da jetzt zu sagen? Ja, hallo. Du bist Waldläufer. Du tankst ohne Ende. Hast du nicht Guild was freigespielt? Ist das Baal? Nein, Baal ist noch gar nicht da. Ach, doch da, ja. Nö, nö. Wenn du den großen in der Mitte meinst, ja. Aber jetzt kommt er, also noch nicht, aber... Kann man das Welt stören? Er kommt dann gleich runter. Demnächst. Äh. Korinze, der Vernichter. Oh, jetzt sollte man einen Halt anziehen. Tränkchen. Ein Würstchen, ein Bierchen. Alles klar. So gehen wir nicht einfach da hinten in das Portal. Achso, wir kommen doch nicht durch. Gibt's ja keinen Skip-Trick. So bestimmt für Speedrunner, sonst Skip-Trick. Oh, wow. Ah, die vergiften wieder. Das ist doch... Dieses Gift ist schlimmer als alles andere, weißt du das? Ja. Aus dem Gift resistent. Habe ich nicht. Nun gegen Gift. Oh, wow. Bin ich langsam. Hallo, könntest du mal heilen, du scheiß... Hallo? Wofür trinke ich denn Heiltränke? Wo ist der hinverschwunden? Der hätte ja gar nichts geheilt. Weil du vergiftet bist bestimmt nicht. Er müsste trotzdem irgendwas heilen. Hallo? Warum hab ich ne Forke dabei? Warum ist der jetzt überhaupt gar nicht töten? Der Aufwand dauert nur wieder ewig. Ich bin der Aufwand. Ja, was ist doch wahr. Das bringt auch nix. Außer wieder irgendwelchen Müll, der dann droppt. Ja, toll. Freue ich mich schon. Du wolltest auch an, Dario Tüt. Also... Ja, in der nächsten... in der höheren Schwierigkeitsgrade vollkosten. Nicht hier.